Hi Fans und damit mal wieder herzlich willkommen zurück auf meinem kleinen Kanal an einem entspannten Freitagabend. Allerdings nicht wenn ihr es seht, sondern erst dann, bzw. nicht dann wenn ihr es seht, sondern dann wenn ich es jetzt gerade aufnehme. Denn ich sage euch mal ganz ehrlich, mein Handy hat gestern Nachmittag mal geklingelt. Und dann kam natürlich ein kleines Video von diesem netten Herrn hier, der uns was über Lootboxen erzählen will. Und die 3-4 Leute, die meinen Kanal ja regelmäßig gucken, ich habe ja eigentlich gesagt, ich will jetzt nicht so übermäßig Reacts machen, außer zu Themen, die mich selber natürlich interessieren. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ja, Lootboxen sind ein Thema, das mich auch interessiert. Und da hören wir jetzt gleich mal rein, was der nette Herr zu sagen hat. Aber vorher nehmen wir noch unseren 033er Schlüssel und machen uns ein schönes Spezie auf. Und hohe euch ja mal rein. Da ist schon meine Maus. Da ist schon meine Maus. Habt ihr schon mal in FIFA Ultimate Team Packs gekauft, aufgemacht und dann gesehen, Mist, hier sind nur Nietenspieler drin, die mein Team überhaupt nicht unterstützen, wieder Geld verpulvert? Das dürfte vielen von euch so passiert sein, aber vielleicht habt ihr jetzt gute Karten und bekommt das Geld zurück. Jedenfalls dann, wenn sich eine Rechtsprechung durchsetzt, die jetzt in Österreich begonnen hat. Da möchte nämlich jemand 350 Euro für seine Nieten zurückhaben von Sony, die das Playstation-Netzwerk betreiben. Und er hat Recht bekommen, denn das Ganze sei illegales Glücksspiel. Lootboxen sind illegales Glücksspiel, sagt jetzt ein österreichisches Gericht. Ob sich diese Rechtsprechung auch auf Deutschland übertragen lässt und ob ihr eure 800 Euro, die ihr im Schnitt in solche Packs reinsteckt, wieder zurückbekommt, zeige ich euch in diesem Video. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner bei WBS Legal in Köln und wenn ihr... WBS Legal ist neu, das hieß doch immer schon Wilde Beuger und Solmecke. Wilde Beuger Solmecke... Also WBS stimmt noch, aber es heißt jetzt halt anders. Ja. Wir haben sich auch nur umfirmiert. Wenn ihr Bock aufs Thema Recht habt, dann lasst ein Abo für diesen Kanal da, denn ich bin auch morgen wieder für euch am Start. Ja, über Lootboxen habe ich in der Vergangenheit immer mal wieder gesprochen und auch über die Packs, die man in FIFA Ultimate Team kaufen kann. Das sind Packs, wo sich manchmal Superstars wie Lionel Messi oder... Lionel Messi. Ja, demnächst ziehen wir noch Lionel Richie aus so einem Pack raus, gell? Stell dir mal vor, Guitar Hero mit so Lootboxen. Du musst die Rockstars in so Lootboxen ziehen. Ich habe Lionel Richie! Wäre doch auch mal was, ey. Kilian Mbappé wiederfinden und womit ihr euer Team entscheidend verstärken kann. Aber Lionel Messi ist nicht in jedem Pack mit drin. Sogar in nur ganz, ganz wenigen Packs. Und insofern hofft ihr, hofft ihr, hofft ihr, kauft, kauft, kauft. Und naja, die Packs sind dann oftmals Nieten. Aber das Pack Opening hat sich mittlerweile zu einem Happening auch bei Twitch oder YouTube entwickelt, weil es eben so interessant ist, ob man Lewandowski, Ronaldo oder wen auch immer da drin hat, ist allerdings eher die Ausnahme. Jetzt hat ein Bezirksgericht in Hermagen... Da muss ich auch ganz ehrlich sagen, als ich mit meinem kleinen YouTube-Kanal angefangen habe, haben meine Kollegen auch gemeint, ja natürlich, hey klar, du musst FIFA spielen, du musst für 5000 Euro diese blöden Booster-Packs aufmachen, da gucken dir dann bestimmt 1000 Leute zu, da kriegst du sofort Follower. Und da habe ich gesagt, ja danke, gehen wir da für 5000 Euro für so einen Scheiß da ausgeben. Als ob, gell. Stell dir mal vor, es würde dir jemand ein Ding ins... Ne, ich erzähle es jetzt mal noch nicht. Wir hören nochmal weiter. Das ist, glaube ich, eher ein Thema, was ich eher Richtung Schluss erzählen will. Goa, das ist an der italienischen Grenze in Österreich gesagt, das ist alles Glücksspiel. Diese Packs sind reines Glücksspiel und es hängt vorwiegend vom Zufall ab, was man da kriegt und insofern ohne staatliche Lizenz darf das nicht angeboten werden, ist illegal. Gestartet hatte den Prozess in Österreich ein Prozessfinanzierer zusammen mit einer Anwaltskanzlei, die haben Musterklage gegen Sony eingeführt. Man nennt es jetzt nicht mehr Kläger, man nennt es jetzt Prozessfinanzierer. Also vielleicht habe ich es auch einfach falsch aufgeschnappt, aber Prozessfinanzierer klingt jetzt so wieder so, als egal wie der Prozess ausgeht, du musst dafür bezahlen. Ich nenne mich demnächst auch nicht mehr Falschparker, sondern Ordnungsamtsfinanzierer. ...gereicht als Betreiber des Playstation-Netzwerks und haben dann jetzt tatsächlich Recht bekommen. Das Ergebnis ist, der Kauf ist einfach zufällig. Man weiß nicht, was man da rausbekommt. Das würde ich natürlich auch so unterstützen, kann ich sagen. Ja, man weiß nicht, was ich da rausbekomme, wobei wir Deutschen die Rechtslage ein bisschen differenzierter da bislang gesehen haben. Apropos die differenzierte Rechtslage, wenn ihr vom Deezer-Datenleck betroffen seid, checkt das mal ganz kurz hier aus, also über den QR-Code abfotografieren oder eben unten in der Caption. Dann versuchen wir 1000 Euro für jeden von euch rauszuschlagen. Also Deezer-Datenleck, mal eben checken. Übrigens, wenn ihr Vodafone-Kunden seid, sind die Chancen nicht schlecht, dass ihr auch einen Deezer-Account hattet, denn viele Vodafone-Kunden waren auch bei Deezer-Account. Jetzt muss ich gerade mal meine Internetleitung angucken, die kommt auch von Vodafone. Testen wir vielleicht nachher mal. In Österreich war es jetzt so, Rechtslage eindeutig, Lootboxen gleich Glücksspiel, keine Lizenz für das Glücksspiel, damit sind die ganzen Verträge nichtig, damit gibt es das Geld zurück. Hier bei der Musterklage in Hermagor ging es um 340 Euro, aber im Schnitt verzockten Spieler mit diesem PAX rund 800 Euro. Also eine ganze Menge und der Prozessvierer, der den Prozess hier angestrengt hat, hat gesagt, unser Spitzenkandidat hat, jetzt haltet euch fest, 85.000 Euro in solche FIFA-Ultimate-Teams-Packs gepackt. What? Whisky Tango Foxtrot, 85.000 Euro für Lootboxen bei FIFA? Alter, der Kerl muss ja Millionär sein, wenn er das Geld so zum Fenster rausschmeißen kann, hä? Davon hätte ich mein Dach ja zweimal sanieren können, hä? Alter, 85.000 Euro. Wow, ist das viel, ja, eine ganze, ganze Menge. Ich kann es übrigens nur bestätigen, insgesamt beim Glücksspiel wird sehr, sehr viel verzockt. Wir haben ja etliche Leute, denen wir die Knete aus den Online-Casinos zurückgeholt haben. Also, wer da im echten Glücksspiel unterwegs war, auch dafür haben wir was am Markt, am Start, guckt auch das mal unten. Also, wenn ihr im Online-Casino Geld verloren habt, nicht für die Lootboxen, da kann ich euch im Moment noch nicht helfen, ja, sage ich auch schon, aber im Casino, echt verzockt, da kann ich euch helfen. Zu der Rechtslage bei den Lootboxen, warum ich euch in Deutschland noch nicht richtig helfen kann, sage ich jetzt etwas. Also, in Deutschland genau das Gleiche, ohne staatliche Genehmigung kein Glücksspiel. Das wäre eine Straftat, wenn man das anbietet. Also, insofern, Sony, wenn es dazu käme, dass sie da illegals Glücksspiel veranstalten, würden sogar Straftaten begehen. Aber, okay, was ist überhaupt Glücksspiel? Das ist geregelt im... Als ob, die werden sich wieder über irgendeinen Hintertürchen-Paragrafen da rausretten und dann sagen, so, ja, aber schon nur digital. Glücksspielstaatsvertrag. Und da heißt es, Glücksspiel liegt vor, wenn im Rahmen eines Spiels für den Erwerb einer Gewinnchance ein Entgelt verlangt wird. Den Satz muss ich erst einmal verdauen. Wollen wir uns nochmal anhören, wenn im Erwerb eine Gewinnchance... Wenn im Rahmen eines Spiels für den Erwerb einer Gewinnchance ein Entgelt verlangt wird. Für den Erwerb einer Gewinnchance ein Entgelt verlangt wird. Also, so ein Satz kann sich ja auch nur so ein Paragrafenreiter ausdenken, oder? Also, ich denke es mir auch manchmal, weißt du, wenn ich so... Ich habe es ja in meiner Meisterausbildung auch gehabt, mit so Gesetzestext und allem drum und dran. Aber wenn du da mal wirklich so... Also, da wirst du schon vom Lesen müde, gell? Also, auch sowas wie Lenk- und Ruhezeitgesetz, Arbeitszeitgesetz, Sozialdingsbumster, wie es alles heißt, so... Und der Gewinn ganz überwiegend vom Zufall abhängt. Naja, Entgelt wird verlangt, ja. Normalerweise muss man so eine Lootbox kaufen. Allerdings schwieriger wird es, wenn man in Spielewährung zahlt. Da wird schon diskutiert, ist Spielewährung überhaupt Geld? Ja, kann man sagen, der Spielewährung kommt ja auch ein wirtschaftlicher Wert zu. Dann ist es wie Geld. Aber das ist eine Lücke. Also, das ist schon die erste Hürde, dass man sagt, ist dafür überhaupt ein Entgelt bezahlt worden, wenn man eben erst eine Spielewährung kaufen muss und dann aus der Spielewährung die Lootboxen kauft. Also, ganz tricky gemacht, muss man ja sagen. Der Zwischenschritt könnte schon mal sagen, dass man sagt, okay, kein entgeltlicher Erwerb. Ach, deswegen sind wir aus dem Gewinnspielrecht, deswegen schon raus. Da sage ich, shit, egal, ob ich mir Spielewährung kaufe und damit die Lootboxen oder direkt die Lootboxen, beziehungsweise die Packages, das ist jeweils entgeltlich. Meine Meinung. Aber, klar. Der Meinung würde ich mich in dem Falle anschließen. Also, wenn ich jetzt so ein FIFA-Kartendeck-Dingsbums da für 4,99 kaufen müsste, dann wäre es klar Entgelt. Wenn ich mir jetzt natürlich ähnlich wie bei anderen Spielen, sage ich jetzt mal, nicht für 4,99 die Box direkt kaufe, sondern ich kaufe mir für 9,99 irgendwie, was weiß ich, 1000 Kristalle, weil in irgendeinem Fantasy-Online-Dingsbums-Spiel und muss dann von den 1000 Kristallen 500 abgeben für so eine Lootbox, dann ist es ja im Prinzip auch eine Umwandlung. Auch wenn du dann natürlich sagen kannst, klar, okay, ich könnte jetzt natürlich auch mit diesen 1000 Kristallen irgendwas kaufen, wo ich direkt weiß, dass ich es kriege. Aber dann hätte ich ja umgerechnet auch nicht eine Lootbox gekauft, also so ein Glücksspiel-Ding, sondern ich hätte genau gewusst, was ich kaufe, aber es wäre ja trotzdem umgerechnet ein richtiges Geld gewesen. Also das Einzige, was ich mir wirklich vorstellen könnte, ist eine legale Lootbox, wenn du die Lootbox mit Spielgeld kaufst, was du im Spiel verdienen kannst. Das ist eigentlich das Einzige, wo ich sowas noch, wo ich dann sagen kann, so Gacha-Games, wo du allerdings diese Ziehungen nur kriegst, wenn du irgendwelche Spiele oder Ziele im Spiel erreichst und nicht, wenn du einfach 10 Euro reinhaust. Ich meine, es ist ja eigentlich schon ein bekanntes Meme für viele, wo man dann früher irgendwie so Cheat-Eingabe früher, weißt du, und dann, wie ging es nochmal, links, rechts, links, rechts, hoch, hoch, runter, runter, BA, Start, Select, irgendwie der Konami-Code, so Cheat-Eingabe früher und Cheat-Eingabe heute, ja hier Kreditkarte und dann halt so Verbesserungen kaufen. Naja, wir hören mal weiter. Das ist so die erste Hürde, die man erstmal lösen muss. Zweite Hürde, man muss eine Gewinnchance erwerben. Und da muss man natürlich sagen, wenn man ein digitales Produkt erwirbt nachher oder gewinnen kann, hat das ja gar keinen monetären Wert. Da sagen also manche ja, das kann man schon gewinnen, man kann da so ein Mbappé gewinnen, aber nur als Digitalfigur, das hat doch keinen Wert. Da sage ich wiederum, aber es gibt Zweitplattformen, wo man ganze Accounts handeln kann. FIFA Alte mit Team-Accounts oder bei Ebay werden die auch gehandelt. Selbst wenn der Wiederverkauf durch AGB ausgeschlossen ist, kann man allerdings schon argumentieren, naja, schon hat das einen Wert, wenn man tolle Spiele hat. Denn eben auf Zweitplattformen, nicht auf offiziellen Plattformen, kann man eben diese Spiele in bare Münze, in echtes Geld eintauschen. Also auch hier würde ich sagen, man erwirbt eine Chance, etwas zu gewinnen, selbst wenn es nur ein digitales Gut ist. Rechtlich schwieriger ist allerdings die Beurteilung der Frage, ob... Ja, jetzt passe mal auf, ich bin ja jetzt kein Jurist, aber wenn ich jetzt nicht sage, so ein freigeschalteter Mbappé im FIFA-Spiel hat keinen Wert. Aber ich muss ja mal ganz ehrlich sagen, er muss ja mindestens den Wert haben, der Lootbox, die ich gekauft habe, um die Chance zu haben, ihn da drin zu haben. Also ich meine, so rum gesehen, auch wenn jetzt da natürlich so Leute hingehen und das dann über so Handelsplattformen sagen, die wollen unbedingt den Mbappé und die geben einem anderen Spieler 1000 Euro für genau diese Figur, das ist natürlich eine Sache von einem Wert. Aber auf der anderen Seite, wenn ich jetzt 4,99 für diese Lootbox ausgebe und ich ziehe ein Mbappé da drin, dann habe ich ja mindestens den Wert von dieser 4,99 Euro Lootbox, weil sonst hätte ich das ja nicht. Und ob jetzt da ein Mbappé drin ist oder wer noch alles in FIFA rumrennt oder so ein Franz Beckenbauer oder was weiß ich. Stell dir mal vor, weißt du, die Weltmeister von 1954 irgendwie so als Retro-Package, das kriegst du FIFA 2025 oder 2024 und dann 70-Jahr-Edition und dann gibt es die Fußballmannschaft von 1954 nochmal als Ding. Das wäre auch mal, ich würde es nicht so laut sagen, nachher kommt Sony noch auf eine Idee. Ob auch eine zufallsabhängige Gewinnchance vorliegt, denn die besteht nur, wenn man auch ein zufallsabhängiges Verlustrisiko hat. Und da kann man argumentieren, naja, bei FIFA verlieren die ja nicht, sie bekommen ja bei jedem Pack einen Spieler. Manche sind eben mehr wert, manche sind weniger wert. Und deswegen wären auch Überraschungseier niemals ein Glücksspiel, weil man bekommt ja immer den Wert eines Spielzeugs. Und das hat ungefähr den Wert dessen, was man da ausgibt. Alex, bei Lootbox muss man sagen, das, was man... Ja, okay, aber ein Überraschungsei jetzt mit einer Lootbox vergleichen und du sagst, ein Überraschungsei ist keine Lootbox, weil du kriegst ja für deine, ich weiß nicht, was es kostet, 99 Cent, 1,49, kriegst du ja immer ein Spielzeug in dem Wert. Und selbst wenn dir das Spielzeug gar nicht passt, dann hast du ja immer noch ein bisschen Schokolade zum Essen. Diffisil, muss ich ganz ehrlich sagen, wüsste ich jetzt auch nicht. Aber ich meine, andersrum wieder gesagt, klar, Glücksspiel heißt, du kannst was verlieren. Und eine Lootbox heißt ja jetzt, du kriegst was. Nur weißt du halt nicht, in welcher Höhe oder in welchem Umfang du was kriegst. Und es ist jetzt natürlich wahrscheinlich was anderes, ob du jetzt da irgendwie den Torwart von der katarischen Nationalmannschaft kriegst oder einen Manuel Neuer. Ich meine, beides Mal kriegst du einen Torwart. Also hast du ja schon mal keinen Verlust gemacht, weil du hast was gekriegt. Nur das eine ist halt vielleicht 99 Cent wert und das andere 99 Euro dann auf so einer Handelsbörse. Aber ich sehe gerade hier, ich schwätze schon wieder viel zu lang, wenn ich meinen Timer da unten angucke. Wenn man für so ein Pack zahlt und was man nachher kriegt, da ist der Wert so viel niedriger, dass man schon sagen kann, dass hier also auch ein Verlustrisiko besteht. Man kriegt zwar etwas, aber irgendeinen Nonsensspieler, den man nicht gebrauchen kann, damit ist das wie ein Totalverlust. Meine Meinung, aber ihr seht, auch da wird diskutiert an dieser Stelle. Also insofern, einige Hürden, die man bei Lootboxen in Deutschland hat. Wenn man aber dazu kommt, dass das illegales Glücksspiel ist, naja, dann gibt es auch die Knete zurück. In Belgien gab es jetzt von der Belgischen Glücksspielkommission schon einige Stellungnahmen dahin, dass die gesagt haben, ja, auch wir sehen es so, auch FIFA können, FIFA-Packs können illegales Glücksspiel sein. Die Niederländer haben das auch untersucht, auch schon Zwangsgelder aufgebrummt. Also auch da muss man sagen, wackelt gerade ein komplettes Geschäftsmodell Lootboxen, wo Milliarden reinfließen. Jetzt muss man noch einen anderen Aspekt in Deutschland sehen, der auch noch dazu führen könnte, dass die Lootboxen eventuell bald passé sind, denn nach dem Jugendschutzgesetz muss man natürlich auch beachten, dass Glücksspiele für Jugendliche hier verboten sind. Und hier ist auch simuliertes Glücksspiel relevant. Man kann ja sagen, es ist kein echtes Glücksspiel, aber simuliertes Glücksspiel. So können auch Spiele mit glücksspielähnlichen Mechanismen als entwicklungsbeeinträchtigende Medien im Sinne von Paragraf 10b entwicklungsbeeinträchtigende Medien, das ist doch bestimmt auch ein Satz, den kannst du nur in irgendeinem Gesetzestext finden, oder? Also wenn ich sowas schon immer höre, oh, da kotze ich Ball ab, hey. Und ich meine jetzt auch ein simuliertes Glücksspiel, ich meine auch, wenn man jetzt sagt, eine Lootbox ist ein simuliertes Glücksspiel, okay, kann ich nachvollziehen, aber dann habe ich ja auch für dieses simulierte Glücksspiel Geld ausgegeben in aller Regel. Jugendschutzgesetz gelten. Und deswegen wundert einen eigentlich, dass FIFA 23 nicht ab 18 freigegeben ist, sondern Altersfreigabe 0 Jahre. Da hat das Gremium, das Prüfgremium USK, was diese Alterseinstimmung macht, gesagt, naja, die Packs, die unterscheiden sich ja technisch und optisch, also deutlich vom realen Glücksspiel. Es kommt auch nicht zu einer Gewöhnung der Jugendlichen wie beim Glücksspiel, also kann keine Sucht passieren und auch nicht zu einer Desensibilisierung über Spielverluste. Also wenn einer 85.000 Euro in FIFA-Lootboxen investiert und dann sagt er mir, es kann nicht zu einer Sucht kommen. Sehe ich ein bisschen kritisch. Also das ist ja so, beim Glücksspiel wird ja so reingezogen, die gibt immer Geld, 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 Geld und hofft, hofft, hofft und geht immer mehr rein. Und da sagt jetzt die USK, das kann ja hier bei Lootboxen überhaupt nicht passieren. So what? Wenn man 800 Euro im Schnitt verliert, dann würde ich sagen, wird ein junger Mensch schon ganz schön reingezogen. Das ist einfach eine Menge Holz. Und da muss ich sagen, schwierig. Schwierig, wenn das von der USK bislang so eingestuft worden ist. Insofern bin ich mal gespannt. Zum 1. Januar 2023 sollte jetzt das neuen USK-Prüfprozess geben. Das ist im Mai 2022 beschlossen worden. Dann sollen Lootboxen strenger reguliert werden. Das wird sich aber nicht mehr auf FIFA 23 beziehen, sondern auf FIFA 24. Ob dann Änderungen kommen, ist noch nicht abzusehen. Es sollen auch Warnhinweise auf Verpackungen deutlicher kommen. Ja, und da sind wir dann mal gespannt. Also bei uns... Achtung, kann Ingame-Käufe enthalten. Es sollen, es sollen, also... Also vielleicht bin ich, vielleicht denke ich jetzt da schon wieder ein bisschen zu viel nach, aber aus meiner Perspektive muss ich doch ganz ehrlich ja mal sagen... Warum hocke ich eigentlich im Bild so weit unten, gell? Muss ich mal ein bisschen aufraffen hier. So, muss ich doch mal ganz ehrlich sagen, jetzt... Warnhinweise auf Verpackung, das funktioniert bei Zigaretten. Ja, aber doch nicht bei Computerspielen, wenn 90% aller digitalen Spiele oder aller elektronischen Spiele digital runtergeladen werden. Also ich müsste jetzt mal überlegen, weil ich das letzte Mal in dem Media-Markt und in der Saturn bin oder irgendein Spiel als Disc oder sowas gekauft habe. Muss ich mal... Also wenn ich überlege, also ich glaube, Minimum die letzten drei Jahre oder so, also alles, was ich auf dem PC gespielt habe, kam von von Steam, von GOG, von... Jetzt ist mal tatsächlich ein Name-Ding... Wie heißt das? Andere Ding. Epic Game Store, ja. Gekommen oder sowas. Und da rennt man doch nicht irgendwo in den Ding, dass man dann FIFA 23... Okay, ja natürlich Konsolenspiele, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, doch. Also meine Nintendo-Spiele da im Regal hinten. Ja gut, Nintendo habe ich auch schon viel digital gekauft. Aber ich sage mal so, Nintendo stellt bei mir ein bisschen... ein bisschen mehr noch so ein bisschen was Nostalgisches da aus der N64-Zeiten. Da hast du noch diese Cartridges, die kannst du wirklich wo hinstellen. Da hast du noch was zum Sammeln. Bei PC-Spielen... Also müsste ich jetzt mal überlegen, aber habe ich jetzt hier... Also ich habe DVDs und alles Mögliche im Schrank hinter mir, aber Computerspiele, als Discs oder so, die sind noch irgendwo im Nebenzimmer. FIFA-Packs aktuell noch kein illegales Glücksspiel. Insofern müsst ihr schauen, wenn ihr morgen jetzt hofft, Beckenbauer zu bekommen und Heiko Westermann ist nur drin, dann könnt ihr euer Geld nicht so ohne alles und fordern. Denn so wie in Österreich ist die Rechtslage hier noch nicht. Und auch in Österreich, muss man sagen, ist noch nichts in Stein gemeißelt. Denn eine endgültige Einstufung und eine Klagewelle in Österreich, das würde noch dauern. Das ist jetzt erstmal eine erste Entscheidung, aber insofern dann erstmal abwarten, Tee trinken und hoffen, dass im nächsten Pack dann Lionel Messi drin ist. Und wenn man dann die argentinische Flagge sieht, weiß man schon, okay, da könnte jetzt der Messi rausflutschen oder einfach auf den Fußballplatz gehen und selber ein bisschen Fußball spielen. Hat auch keinem geschah, dass es im Zweifel auch viel, viel günstiger, wie viele Fußballer man kaufen kann für diese 800 Euro. Finde ich schon echt krass. Ja, sagt mal, was ihr so verzockt habt in Lootboxen oder in Game Käufen. Ja, vielleicht habt ihr auch ansonsten für digitale Güter schon ganz schön was auf den Tisch gelegt. Bin mal gespannt, wer da Spitzenreiter ist unten in unseren Comments. Postet es rein, ich sammle das mal hier und vielleicht können wir es im nächsten Video dann verwerten. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Hier noch zwei Videos, die euch ebenfalls interessieren könnten. Bleibt gesund. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal, ja. Also zum nächsten Mal, ich darf mal ganz ehrlich aus meiner Sicht sagen, ja, ich habe bestimmt auch schon genügend Geld für digitale Güter rausgehauen, für digitale Güter im Allgemeinen. Aber Lootboxen selber wenig. Also ich muss mal ganz ehrlich sagen, also FIFA habe ich sowieso so nie gespielt und es gibt ja auch diese Waffenskins bei CSGO, aber da habe ich mir vielleicht mal ein oder zwei Schlüssel gekauft. Also lass es fünf Euro sein, wenn es hochkommt und ansonsten müsste ich jetzt echt überlegen, also so Lootbox mäßig habe ich mal irgendwo viel Geld für Lootboxen ausgegeben. Also vor allem, ich möchte jetzt noch ein Ding mal kurz zum Denken geben, weil er gesagt hat, mittendrin durchschnittlich geben FIFA-Spiele 800 Euro für Lootboxen aus. Oder ich weiß nicht, hat er jetzt gesagt, nur FIFA oder durchschnittlich für Lootboxen? Aber ich meine, das ist doch eine ganze Stange Geld. Also 800 Euro nur für In-Game-Käufe, sage ich jetzt nicht einmal. Ob jetzt Lootboxen oder direkter In-Game-Kauf, aber also ich meine, stellt euch mal vor, ihr würdet jetzt ein Spiel, ein Vollpreisspiel für 60, sagen wir mal mit Inflation, 70 Euro kaufen. Ne, andersrum, andersrum. Stellt euch mal vor, es wird jetzt ein neues Spiel vorgestellt, was ihr unbedingt haben wollt und dann ist es vorbestellbar und dann steht da aber halt nicht 70 Euro, sondern da steht 700 Euro und dafür sind dann alle Inhalte mit drin. Das Spiel wird sich doch kein Mensch kaufen, oder? Also seien wir doch mal ehrlich, also wenn ich durchschnittlich 800 Euro in Lootboxen investiere und mir das allerdings vorher einer sagt, dass das schon auf den Spielepreis aufgerechnet wird, dann würde ich das doch gar nicht ausgeben. Da kann man jetzt natürlich vielleicht sagen, ja okay, ich gebe vielleicht den Monat 100 Euro für Lootboxen aus und im nächsten Monat wieder 100 Euro und dann ist das natürlich in Summe auch eine ganz Menge, aber es fühlt sich nicht so an, weil du diesen Berg an Geld nicht auf einmal ausgibst. Also ich meine, darf ich mal was an, natürlich darf ich, ist ja mein Video, aber etwas, was ich noch ganz ehrlich sagen muss, was mir zum Beispiel persönlich aufschlägt, oder woran ich mich jetzt erinnert fühle, ist zum Beispiel der ein oder andere wird es kennen, Payday 2. Payday 2, für diejenigen, die es nicht kennen, ist quasi auch so ein Online-Koop-Shooter, wo man Verbrechen begeht, wo man Raubzüge begeht und ich glaube, ich habe es erst neulich wieder angeguckt, das Spiel selber, das Grundspiel, gibt es momentan bei Steam für 19,99. Kostet also nicht die Welt. Für dieses Spiel gibt es aber, und ich habe es glaube ich nämlich extra letzte Woche nochmal angeguckt, 73 Erweiterungen, also DLCs, Karten, Waffen, 73 Packs, die du bei Steam kaufen kannst und alle 73 Packs zusammen kosten 275 Euro, 272 Euro, also irgendwo knapp 300 Euro und da denke ich mir auch, ein Grundspiel für 20 Euro, wie rechtfertige ich da Zusatzinhalte für mehr als das Zehnfache, das Fünfzehnfache, ne, ne, ja, 13, 14 Fache, je nachdem, wie wir jetzt stehen, aber das kann ich doch irgendwie keinem erzählen, ich meine, wenn ich freiwillig Geld ausgebe, sei es jetzt für Ingame-Währung, um mir dann Lootboxen zu kaufen oder ich kaufe direkt Lootboxen, macht ja jetzt wenig Unterschied, aber da muss ich ehrlich sagen, wie rechtfertige ich so viel Ingame-Käufe, ich meine sogar, wenn ich im Google Play Store irgendein Spiel runterlade und da steht dann schon direkt unterm Titel Ingame-Käufe möglich oder sowas oder steht glaube ich sowas im Ding drinne, Komm, guck mal schnell nach, nein, falsche App aufgemacht, wenn ich da jetzt eingebe, Girls Frontline ist das einzige Handy-Game, was ich eigentlich noch zocke und sogar da steht drin, kann man es lesen, sogar da steht, komm, noch ein Stück, da steht dann Girls Frontline Dark Winter Software in-App-Käufe. Ich meine sogar da in so einem Google Play Store Ding, Google Play Store Ding wird man sogar schon drauf hingewiesen, dass es Ding gibt, in-App-Käufe, klar, und warum bin ich jetzt auf einmal so unscharf, muss ich frisch Fokus, ich glaube, jetzt ist es besser, egal, naja, also ich meine, ich habe gesagt, was ich dazu sagen wollte, wenn irgendjemand meiner Meinung ist oder anderer Meinung, darf es mir gerne in die Kommentare schreiben und falls ihr denkt, warum ich in der Kamera immer nie so ein bisschen Ding gucke, weil jetzt ist es wieder so, dass die Aufnahme auf dem Sekundärmonitor läuft und mein Aufnahmeprogramm auf dem Hauptmonitor, dann gucke ich immer so ein bisschen in die falsche Richtung, ich weiß jetzt nicht genau, wo ich hingucken soll, dann will man natürlich auch noch zum Publikum sprechen, welches dann, wenn ich streamen würde, würde ich ja wieder sagen, es ist kein Publikum da oder eine Person, die mir also manchmal zuschaut, naja. Dann würde ich sagen, habt noch einen schönen Abend, Fans und ciao, bis zum nächsten Mal.